Donald? Kofi? Angriff! JECK MICH! Alter! Ich treff den ja so gut wie nie! Lauf! Lauf! Hä, wie treff ich den Ransom-Trolls? Krass, nein, das gibt's nicht! Lauf! Der hat nicht so viel... ...energie! Alter, aber der ist schnell! Heieieieieiei! Au! Kf! Krass, ey, das gibt's nicht! Sollte ich die beiden einfach mal machen lassen? Weil die treppen ja genauso wenig wie ich! Also, Kombos, zweimal schlagen und das war's dann! Leck! Mich! Ja! Ich krieg den nicht! Hier gibt man gerade gar nichts ab! Ich kann ja von oben treffen Jajajajajajaj Das wird nie weniger bei dem... Oh scheiße Oh Gott! Oh Gott! Ich heil dich lieber selbst Okay okay, die erste Leiste haben wir weg Au, ich renne natürlich voll drauf zu! Jajajajajajaj Wo ist er denn? Ist er oben? Heiliger Ist jetzt hier irgendwas um Kaputt? Ah! Wo kommt der denn her? Ja! Ja! Was ist er denn? Heiliger Au! Krass! Das ist... Ich spiele nicht auf schwer Jedenfalls nicht wissentlich! Meine Fresse ey! Der Kampf dauert auf jeden Fall länger als erwartet! Mag mich nicht mal einer heilen von euch! Hey, ich bin auch schnell! Ich bin auch schnell Okay, gut ausgeglichen! Ich bin auch in der Mitte Oh nein! Oh nein! Oh nein! Es ist ja auch nicht beglemmt! Okay, gut ausgeglichen! Was ein Scheiß. Verdammt, ich wollte. Weg hier. Mann, ey, was macht man so konzentriert? Ach so! Danke! Aber er ist schaffbar! Oh! Äh, mag mich einer heilen? Oder muss ich das selber machen? Ich glaub, das muss ich selber machen. Huh! Au! Verdammt! Wieder nicht einmal getroffen! Okay! Okay! Jetzt häng ich doch mal auf Goofy oder so! Au! Oh! Kann man schon einmal treffen oder so? Geht doch! Haben ihn! So! Oh Mann! Oh! Strecken! Einfach nur strecken! Und was trinken! Dein Herz hat also den Kampf gewonnen! Gut, wa? Hä? Weißes Triotheker lernt! Ja, endlich! So, Goofy kann raus! Die Bestie stärker! So, ist hier jetzt vielleicht irgendwo ein Speicherpunkt? Das wär echt phänomenal geil! Hier ist keiner! Hier ist keiner! Okay! Scheiße! Scheiße! Was? Vier Aushöhlungen sind zu... Also ich muss in die... Andere Richtung zurück! Ist hier echt kein Speicherpunkt? Was für ein Scheiß! Na gut! Ist voll uncool das hier jetzt nicht so... Oh! Das war noch mehr! Aber jetzt tut es leichter! Was bist du denn? Was groß ist? Alles klar! Was sich ja Erfahrung bringt! Ah! Ist doch noch... Irgendwas! Ach! Das Ding! Große Kuchen! Okay! Hey, da oben ist was! Ah! Nein! Ach, Scheiße! Und nun? Bin ich runtergefallen? Ach, ne... Ja gut, ok! Ach, ne... Ja gut, ok... Ah ja... Wir waren... Oh ja! Wir waren... Oh, ja... Da war, glaub ich, ein Speicherpunkt... Da kann ich wenigstens mal sichern. So, oder? Ja. Gut, aber da ich hier sichern kann, mache ich hier auch eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Let's play Kingdom Hearts. Bis dann!